Nach dem Vorbild der Natur bauen wir seit über 110 Jahren ökologisch innovative Häuser aus Holz, die vor allem dem Menschen guttun und gleichzeitig unsere Umwelt schonen. Unsere Pionierarbeit für gesundheitsförderndes Bauen und Wohnen hat inzwischen über 40 eigene Patente hervorgebracht. Patente der Natur. Ein herausragendes Beispiel ist unsere 37 cm starke Vollwertewand. Die hervorragende Wärmedämmqualität garantiert Ihnen unsere Biodämmung aus Holzspänen. Sie ist weltweit patentiert, wurde mit dem Bio-Siegel Nature Plus ausgezeichnet und wird von Öko-Test ausdrücklich empfohlen. Besonders effizient und energiesparend ist unsere Vollwertewand zusammen mit einer ökologischen Holzpelletheizung. Auch die Nutzung erneuerbarer Energien mit der Erdwärmepumpe macht Sie unabhängiger von Öl und Gas. Denn bis zu 75% der benötigten Energie werden kostenfrei aus der Umwelt gewonnen. Planen Sie mit uns ein KfW-Effizienzhaus und sichern Sie sich die attraktiven Zinskonditionen der staatlichen Förderprogramme. Auch die Stromerzeugung auf dem Dach Ihres Hauses wird staatlich gefordert. Moderne Photovoltaikmodule erzeugen Naturstrom, für den Sie eine attraktive Einspeisevergütung erhalten. Die erstaunlichen Energiesparwerte Ihres Baufritzhauses dokumentiert unser Energiezertifikat. Unsere Vollwertehäuser sind CO2-neutral und erfüllen bereits heute die von Klimaschützern und Umweltexperten geforderten Richtwerte der Zukunft. Wir setzen konsequent auf umweltfreundliches Bauen. Bereits 1996 wurde Baufritz als erstes deutsches Hausbauunternehmen nach dem EG Öko-Audit zertifiziert. Verantwortung für die Natur hat bei uns Tradition. Unser Handeln ist immer ganzheitlich ausgerichtet und folgt einem einfachen Grundsatz. Gut für den Menschen und gut für die Natur. Gut für den Menschen und gut für die Natur.